Hallo und herzlich willkommen bei Geschichte Lernen Leichtgemacht. Mein Name ist Philipp und in diesem Überblicksvideo erkläre ich euch die Nachkriegsjahre in Österreich bis zum Staatsvertrag 1955. Vor welchen Herausforderungen stand Österreich nach dem Krieg? Wie war das politische Klima? Was versteht man unter der Opferthese? Wie versuchte man sich von der nationalsozialistischen Vergangenheit abzugrenzen? Und wie kam es zum Staatsvertrag und damit zur Unabhängigkeit Österreichs? Diese und noch einige Fragen mehr möchte ich euch in den nächsten Minuten beantworten und wie immer kurz, kompakt und vor allem verständlich die wichtigsten Fakten erklären. Jetzt geht's los! Nachdem die Rote Armee am 13. April 1945 die Schlacht um Wien gewonnen hatte, brach das Naziregime in Österreich zusammen. Die Sowjets besetzen Ostösterreich und bald darauf befreiten die Amerikaner Westösterreich von den letzten Wehrmachtsverbänden. Zwei Wochen später, am 27. April 1945, wurde die Unabhängigkeit Österreichs vom Deutschen Reich proklamiert und am 29. April 1945 trat eine provisorische Regierung unter der Führung des Sozialdemokraten Karl Renner zusammen. Dieser Regierung gehörten Mitglieder aller nach der Befreiung wieder gegründeten Parteienamt, also der Österreichischen Volkspartei, ÖVP, der Sozialistischen Partei Österreichs, der SPÖ und der Kommunistischen Partei Österreichs, der KPÖ. Diese Regierung wurde von den Sowjets anerkannt. Die Westalliierten zögerten noch kurz, erkannten sie dann aber spätestens im Herbst 1945 an. Ihr vorrangiges Ziel, und zwar das Ziel dieser Regierung war es, ein unabhängiges Österreich auf der Grundlage der Verfassung von 1920 wiederherzustellen. Das wichtigste Dokument auf diesem Weg war die Moskauer Deklaration, die das Ergebnis der Außenministerkonferenz von Moskau war, die vom 19. Oktober bis zum 1. November 1943 stattfand. Denn in der Moskauer Deklaration hielten Großbritannien, die USA und die Sowjetunion folgendes fest. Österreich sei das erste Opfer der Aggression seitens Hitler-Deutschland gewesen und soll von der deutschen Herrschaft befreit werden. Die drei alliierten Mächte wollen ein freies und unabhängiges Österreich wiederherstellen. Doch die Moskauer Deklaration hält auch gleich fest, dass Österreich eine Verantwortung dafür zu tragen habe, an der Seite Hitler-Deutschlands als ein Mittäter am verbrecherischen Zweiten Weltkrieg mitgewirkt zu haben. Die sogenannte Verantwortungs- bzw. Mittäterklausel ließ man aber auf österreichischer Seite gerne unter den Tisch fallen. Viel lieber, es war man das erste Opfer der Nazi-Aggression gewesen als ein Mittäter. Am 25. November 1945 fanden dann die ersten Nationalratswahlen nach dem Krieg statt. Stimmenstärkste Partei wurde die ÖVP, die mit einem knappen Vorsprung gegenüber der SPÖ auch die absolute Mehrheit errang. Für die KPÖ, also für die Kommunisten, war die Wahl ein Desaster. Gerade einmal 5,4% der Stimmen gingen an die KPÖ, was auch deutlich machte, dass Österreich nicht Gefahr laufen würde, zu einer kommunistischen Volksrepublik zu werden, wie es ja dann in den osteuropäischen Staaten der Fall war. Leopold Fiegel von der ÖVP wurde zum Bundeskanzler. In dieser neuen Bundesregierung fanden sich auch wiederum Vertreter aller drei Parteien wieder. Karl Render wurde zum Bundespräsidenten. Die nun gewählte österreichische Regierung stand vor großen Aufgaben. Sie musste einerseits das Überleben der Bevölkerung sichern, denn nach dem Krieg war die Versorgungslage in den ersten Jahren katastrophal. Sie musste sich um die Rückkehr der Kriegsgefangenen kümmern und mit der Flüchtlings- und Vertriebenen-Thematik fertig werden. Sie musste die Entnazifizierung vorantreiben. Und nicht zuletzt musste sie den Wiederaufbau des Landes angehen. Doch die Regierung war in ihrem Handlungsspielraum alles andere als frei. Sie war eingeschränkt. Denn Österreich war wie Deutschland von den Siegermächten besetzt und in vier Besatzungszonen eingeteilt worden. Das Sagen im Land hatte der Alliierte Rat, der jedes vom Parlament beschlossene Gesetz erst genehmigen musste. Ebenfalls wie in Deutschland wurde auch in Österreich deutsches Eigentum von den Siegern, allen voran von den Sowjets, eingezogen. Industrieanlagen und Maschinen wurden demontiert und Österreich musste für den Unterhalt der Besatzungstruppen finanziell aufkommen. Eine österreichische Identität gab es nicht. Jedoch war man sich einig, dass es für die Zukunft des Staates eine solche brauchen würde. Ein wesentliches Element für eine neue österreichische Identität war die Abgrenzung zu Deutschland und zum Nationalsozialismus. So wurde die sogenannte Opferthese, also dass Österreich das erste Opfer der hitlerschen Aggressionspolitik war, aber auch, dass die Österreicher an sich mehr Opfer als Täter während der Zeit des Nationalsozialismus gewesen wären, einerseits zur politischen Raison, aber auch zur identitätsstiftenden Argumentation. Damit machten es sich die Österreicher ganz leicht. Für den Terror und die Verbrechen wurden die sogenannten Reichsdeutschen, die Preußen, verantwortlich gemacht. Das NS-Regime wurde als Volksfremdbezeichnis. Die Österreicher wären von den Nazis unterdrückt worden und hätten mit dem Regime nichts am Hut gehabt. Dass das totaler Humbug ist, lässt sich kaum bestreiten. Jedoch war die Opferthese ein für viele willkommener und praktischer Mythos, um die österreichische Mittäterschaft, eine Verbrechen des Nationalsozialismus zu leugnen und zu verdrängen. Denn erwiesenermaßen waren Österreicher genau im selben Ausmaß an den Kriegsverbrechen der Wehrmacht, an den Verbrechen der Einsatzgruppen der SS und an den Morden in den Konzentrationslagern beteiligt, wie die sogenannten Reichsdeutschen. Nicht zu vergessen ist auch, dass in Österreich weit über eine halbe Million aktive Nationalsozialisten es dort gegeben hatte. Das passte dann irgendwie nicht so ganz in das Opferbild, das man hier zeichnen wollte. Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, dann am 8. Mai 1945, wurde die NSDAP und alle ihr angeschlossenen Organisationen verboten. Und alle österreichischen Mitglieder, rund 524.000, denen wurde auch das Wahlrecht nicht übertragen und nicht gegeben. Rund 170.000 von ihnen wurden, meist aber nur kurzzeitig vorübergehend, aus dem öffentlichen Dienst und aus Privatunternehmen entlassen. Volksgerichte urteilten nun über Kriegsverbrecher und über Belastete. Überleitende NS-Funktionäre wurden bis 1955 43 Todesurteile ausgesprochen und knapp 300 zu jahrzehntelangen Haftstrafen verurteilt. Insgesamt wurden 13.607 Schuldsprüche gefällt. Dennoch bemühten sich sowohl ÖVP als auch SPÖ bei den Alliierten um Lockerungen bei der Entnazifizierung, vor allem für die rund 480.000 Minderbelasteten, die im Volksmund auch als Mitläufer bezeichnet wurden. Denn einerseits wollte man diese wieder integrieren und andererseits brauchte man auch viele von ihnen als Fachkräfte für den Wiederaufbau des Landes. Im Jahr 1948 erließ dann der Nationalrat eine Amnestie für Minderbelastete, die ihnen dann auch wieder alle politischen Rechte zugestand. So trat es bei der Wahl 1949 auch erstmals der Verband der Unabhängigen an, der sich als Sammelbäckchen für die sogenannten Ehemaligen etabliert hatte und gleich über 11% der Stimmen erhielt. Nach und nach wurden auch viele Belastete dann vom Bundespräsidenten begnadigt und es gab dann später eine generelle Amnestie. Die Opferthese und das konsequente Beharrn auf ihr seitens aller politischen Lager hatte dazu geführt, dass in Österreich eine Entnazifizierung nur so oberflächlich durchgeführt wurde. Ehemalige Nazis kamen nach wenigen Jahren nach dem Krieg schon wieder in Amt und Würden und die Österreicherinnen und Österreicher hatten die Jahre 1938 bis 1945 aus dem kollektiven Gedächtnis verdrängt. Viele sprechen daher auch bei der Opferthese von der Lebenslüge der Zweiten Republik. Erst in den späten 1980er Jahren, im Wesentlichen ausgelöst von der Waldheim-Affäre, begann die Aufarbeitung der Mitschuld Österreichs am Zweiten Weltkrieg und an den Verbrechen. Eines gleich vorweg, auch wenn in Österreich die Leistung der Väter des Staatsvertrags immer hervorgehoben wird, so war der österreichische Staatsvertrag weniger ein Ergebnis von deren Verhandlungsgeschick, sondern vielmehr ein Produkt der politischen Ereignisse und Konstellationen des Kalten Krieges. Die Verhandlungen um den Staatsvertrag begannen im Jahr 1947. Anfänglich konnte man sich mit den Sowjets in der Frage des deutschen Eigentums einigen, indem man den Sowjets anbot, die von ihnen beschlagnahmten Betriebe für rund 150 Millionen Dollar abzukaufen. Ein Stolperstein in diesen ersten Verhandlungen stellten jedoch Gebietsvorriderungen Jugoslawiens dar, die von Stalin unterstützt wurden. Als es dann aber zum Zerwürfnis zwischen Stalin und dem jugoslawischen Diktator Tito kam, war zumindest dieses Thema vom Tisch gewischt. Ein weiterer, nicht weniger schwerwiegender Stolperstein war aber, dass die Sowjets einen österreichischen Staatsvertrag an einen Friedensvertrag mit Deutschland knüpften. Doch das globale politische Klima hatte sich im aufkommenden Kalten Krieg derart verschlechtert, dass an eine Einigung der Sowjets mit dem Westen sowohl in der Frage eines Friedensvertrages für Deutschland als auch eines Staatsvertrags mit Österreich nicht mehr zu denken war. Denn in ganz Osteuropa hatten die Sowjets kommunistische Machtübernahmen herbeigeführt, die vom Westen mit großer Besorgnis gesehen wurden. In Berlin spitze sich die Konfrontation der Blöcke erstmals gefährlich zu. Denn 1948 begannen die Sowjets die Berlin-Blockade, also die sogenannte erste Berlin-Krise. Und 1949 kam es dann zur Teilung Deutschlands mit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik. Ein Staatsvertrag für Österreich schien zu dieser Zeit erstmals vom Tisch zu sein. Erst mit dem Tod des sowjetischen Diktators Stalins im Jahr 1953 und der Ablöse von Präsident Truman durch 2D Eisenhower im selben Jahr und der damit einhergehenden leichten Entspannung im Kalten Krieg kam wieder Schwung in die Verhandlungen. Aber auch von österreichischer Seite kam mit dem neuen Bundeskanzler Julius Raab von der ÖVP ein neuer Verhandlungsdeal. Raab nutzte die Entspannungsphase zwischen den Blöcken und sonnierte vor allem in Moskau, indem man den Sowjets anbot, auf ein Militärbündnis zu verzichten, wenn Österreich wieder die volle Souveränität erhalten würde. Doch die Sowjets wollten eine solche Neutralitätsverpflichtung direkt im Vertrag drinnen haben. Also zuerst Neutralität, dann Staatsvertrag. Und das war sowohl für Österreich als auch für den Westen unannehmbar. Vor allem mit der Begründung, einer juristischen Begründung, dass nur ein souveräner Staat auch sich selbst die Neutralität auferlegen konnte bzw. eine Neutralität beschließen konnte. Zudem forderten die Sowjets, so lange Besatzungstruppen in Österreich stationieren lassen zu dürfen, bis es einen Friedensvertrag mit Deutschland geben würde, den es dann de facto erst 1990 gab. Da es auf dieser Ebene keine Einigung gab und sich das Klima zwischen den Blöcken wieder verschlechterte, Stichwort Koreakrieg, westeuropäische Integration, die deutsche Wiederbewaffnung und der sich anbahnende Beitritt der Bundesrepublik zur NATO, stagnierten die Verhandlungen neuerlich. Jedoch hatte man mit dem Angebot zur österreichischen Neutralität einen Hebel gefunden, der auch die Sowjets zu einer Zustimmung bringen könnte. Aber warum war die Neutralität Österreichs den Sowjets so wichtig? Denn ein freies und unabhängiges Österreich würde sich, so hatten es ja die Wahlen immer gezeigt, nach dem Westen orientieren und die Sowjets durch ihren Abzug aus Österreich ein Faustpfand verlieren. Aber ein neutrales Österreich dürfte sich keinem Militärbündnis anschließen, also nicht der NATO beitreten und keine fremden Militärstützpunkte auf seinem Gebiet zulassen. Damit wäre zwischen den NATO-Staaten Italien und der Bundesrepublik Deutschland mit Österreich und der Schweiz ein sogenannter Riegel von neutralen Staaten vorgeschoben, der es der NATO im Kriegsfall, also im Fall eines Krieges gegen die Sowjetunion oder gegen den Ostblock, deutlich erschweren würde, Truppen von Süden nach Norden und umgekehrt zu verlegen. Gerade die politische, wirtschaftliche und militärische Integration der Bundesrepublik Deutschland in den Westen setzte die Sowjetunion unter Druck. Würde Österreich und wenn auch nur der von den Westalliierten besetzte Teil diesen Weg gehen, wäre das für die Sowjets in Europa ein großer strategischer Nachteil. Insofern brachte der neue sowjetische Führer Nikita Khrushchev Anfang des Jahres 1955 die Verhandlungen für einen Staatsvertrag wieder in Schwung und bot den Österreichern die Zustimmung der Sowjetunion und damit einhergehend den Rückzug der Roten Armee an. Sofern sich die Österreicher verpflichten würden, keinem Bündnis beizutreten und keine fremden Militärstützpunkte auf ihrem Territorium zuzulassen. Auf Einladung der Sowjets reiste eine österreichische Delegation unter dem Verhandlungsleiter und Bundespräsidenten Julius Raab, Vizekanzler Adolf Scherf, Außenminister Leopold Fiegl und Staatssekretär Bruno Kreisky vom 12. bis zum 15. April 1955 nach Moskau. Die Verhandlungen dort führten zum Durchbruch, in dem sich Österreich verpflichtete, nach der Wiedererlangung der vollen Souveränität das Neutralitätsgesetz zu beschließen, das eine immerwährende Neutralität Österreichs das Schweizer Vorbild garantieren würde. Weiters wurden noch wirtschaftliche Themen geklärt, die die von den Sowjets beschlagnahmten Betriebe in Österreich betrafen. Im Gegenzug erklärten sich die Sowjets dann bereit, einem Staatsvertrag für Österreich zuzustimmen und ihre Besatzungstruppen aus Österreich abzuziehen. Das Ergebnis dieser Verhandlungen wurde im sogenannten Moskauer Memorandum festgehalten, das den Staatsvertrag dann schlussendlich ermöglichte. Einen Monat später, am 15. Mai 1955, trafen sich die Vertreter Großbritanniens, Frankreichs, der USA, der Sowjetunion und Österreichs im Wiener Schloss Belvedere, um den österreichischen Staatsvertrag zu unterzeichnen. Daraufhin entstand auch das geschichtsträchtige Bild auf dem Balkon des Schloss Belvedere, auf dem Leopold Fiegel gemeinsam mit den Außenministern der anderen Nationen der jubelnden Menge den Staatsvertrag präsentiert. Die ebenfalls geschichtsträchtigen Worte Fiegels Österreich ist frei, fielen aber nicht wie häufig angenommen auf diesem Balkon, sondern bei der Dankesrede nach der Vertragsunterzeichnung. Österreich hatte mit dem Staatsvertrag wieder die volle Souveränität erhalten und die Siegermächte begannen nun, ihre Besatzungstruppen abzuziehen. Nach dem Abschluss des Truppenabzuges beschloss der österreichische Nationalrat das Neutralitätsgesetz, welches am 26. Oktober 1955 in Kraft trat. Die immerwährende Neutralität Österreichs wurde dadurch in der Verfassung verankert. Auch heute noch gedenkt man in Österreich diesen wichtigen Tag, in dem am 26. Oktober alljährlich der Staatsfeiertag begangen wird. So, das waren nun die wichtigsten Infos zu den Nachkriegsjahren in Österreich und zum österreichischen Staatsvertrag. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like, ein Abo meines Kanals oder über eine Weiterempfehlung. Nutzt auch die Kommentarfunktion, wenn ihr etwas anzumerken habt. Ich freue mich darüber. Bis zum nächsten Mal.